Mmmmm, Mädel, Leute, Serblin hier. Heute geht's mal um ne relativ neue Sache, und zwar, ich hab heute mal den Fehler gemacht, einfach auf Twitter zu gehen, ne? Es ist gerade 0.50 Uhr nachts. Ich gehe auf Twitter, ne? Was sehe ich? Den Hashtag Biden Erases Woman, ne? Ich denk mir einfach so, shit, was hat Biden gemacht? Das ist der erste Tag. Dreimal dürft ihr raten, ne? Keine Ahnung, hat er Frauen einfach das Wahlrecht weggenommen? Hat er irgendwie gesagt, dass Frauen weniger wert sind? Hat Biden gesagt, dass man seine Frau schlagen sollte, dass häusliche Gewalt okay wäre? Ne? Dreimal dürft ihr raten, nein. Er hat gesagt, dass Transfrauen das gleiche Recht haben wie normale Frauen, in Sportvereinen irgendwie Aktivitäten auszuführen. What the fuck? What the fuck? Twitter hat einen fucking Shitstorm darüber, dass Biden sagt, dass Transmenschen, also Leute, die trans sind, und besonders Transfrauen, dass sie an fucking Sportaktivitäten in Klose beitragen können und Shit, ne? Als ob's euch jucken würde, ob irgendein scheiß fucking normal, ob irgendein scheiß Transfrau in Amerika fucking normal, auf der anderen Seite des scheiß Globus, ein fucking Fußballverein kommt oder nicht. Ne? Das sind nicht nur Amis. Dieser gesamte Twitter-Dings ist einfach voller Deutscher. So, what the fuck? Warum zum Fick juckt es euch, dass Transfrauen fucking normal Fußball spielen können in Amerika? What the fuck? Bin ich mittlerweile... Also ich dachte, ich wäre irgendwie nicht mehr schockbar, aber nein. What the fuck? Raucht Twitter irgendwie, dass sie so einen Scheiß abziehen und denken, Ja, das ist doch normal, ne? Das ist... Also ich sehe keinen Logikfehler, ne? Also ich... What the fuck? Raucht Twitter. Ich kann mir mittlerweile wirklich nicht mehr vorstellen, was zum Fick eigentlich mit dieser scheiß Social-Media-Plattform los ist. Ich... Ich wollte das jetzt einfach sagen, genießt den fucking Double-Upload oder vielleicht verkack ich's und mach's erst übermorgen oder so'n Scheiß. Ne? Schönen Abend euch noch oder schönen Morgenmittag, was auch immer. Verfickt euch. Bleibt toxisch, denkt dran, ne? Wir abonnieren, disliken, entbillen mit dieser verfickte Glocke und jetzt... Rund auf meinem Rasen, ihr Hohensinn. Nie.